Darüber hinaus eignete sich diese Art Sendung scheinbar bestens für erste Gehversuche vor der Kamera. Die damals noch unbekannte 19-jährige Lena Meyer-Landroth trat als Schwangere vors Gericht. Also der Mann auf dem Video, das ist Sebastian. Das ist Sebastian. Sebastian Lang. Sebastian, ich wollte dir da wirklich nichts einbrocken, aber ich... Sie verstehen das ja bestimmt auch. Sebastian, ich muss das wissen einfach. Ach, allein schon wegen dem Baby.